Ich lass dich dann mal alleine bauen, ne? Ja, ja. Ich steh dann mal hier rum, ne? Mir fehlen noch zwei Eisenplatten, oder zwei, drei Eisenplatten. Schneller Sklave, schneller! Schnauze! Schneller! Aber du auch mal! Lass uns schneller gehen! Au! Warte mal, der Sklave will nicht arbeiten? Au! Vielleicht helfe ich ja mal gleich mit! Au! Nein, ich helfe dir! Alles bitte! Mhm! Dürfte sogar schon reichen! Ja, perfekt! Was ist eigentlich noch Kupfer? Weil wir für Draht unsere brauchen gleich noch! Ähm... Ja, hab ich noch! Okay! So! Container! Lagercontainer! So, wir nehmen mal direkt bei uns irgendwo neben die Basis bauen, oder? Eigentlich kannst du direkt da dran bauen, ey! Also, die paar Meter können wir noch laufen! Zumal wir das ganze... Ach so, meinst du die paar Meter, meinst du? Das Lager müssen wir später ja auch noch abbauen wieder, ne? Ja, ich jetzt erst mal da, ich nehme den Ding erstmal in den Lager, wenn wir das jetzt neben unsere Base... Ja, so nah nicht! Ja, doch kaum! Ähm... Wir haben ja für jede... für jedes Erz haben wir dann ein eigenes Lager, ne? So viele Lager können wir nicht daneben bauen! Ja, gut! Ja, sonst bauen wir auch unser Hub zu! Ja, noch nicht gar... Ja, warte! Warte, warte! So sieht's gut aus! Passt! Nein! Nicht in die Luft! Sonst wird's neu! Ja, die kann man noch übereinander bauen! Äh... Logistik? Ich glaube, das dürfte jetzt ein bisschen knapp werden! Passt! So! Jetzt müssen wir noch für Strom sorgen! Das heißt... Guck mal! Vielleicht... Da wo ich jetzt stehe, ja? Ja! Kannst du da ein Strommast hinbauen? Äh... Der 1? Äh... Ja, so ein Strommast! Mir fehlt... Äh... Rohr! Dir fehlt... was? Dir fehlt ein Rohr! Ja, mir fehlt ein Rohr! Das ist grad komisch, ja? Was? Ich... 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 Ich weiß! So! Ähm... Sind wir eigentlich auf YouTube über 18 geschaltet? Was? Was? So! Der Strommast ist da! Perfekt! Und jetzt musst du das mit diesen Stromleitungen, wofür wir wiederum Kabel brauchst, verbinden mit allen Geräten! Nur das Lager braucht keinen! Genau! Und jetzt natürlich noch mit unserer Biomasseanlage hier hinten! Kraftwerk! Es kann sein, dass es zu weit ist, aber musst du noch einen Mast hinstellen! Den zweiten bitte auch noch verbinden! Ja, das sind nämlich zwei! Bist du es verbunden? Geht nicht! Okay! Dann bau hier noch einen Mast hinter dir hin! Ähm... Hier meinst du! Ja! Ich äh... Ich brauch da noch mal was! Die eine Leitigkeit! Ich brauch wahrscheinlich... Ich brauch Eisen! Ich hab ein bisschen was mitgenommen! Ja, dann bau du mal so ein Teil! Braucht man da nur Eisen für? Ne, du brauchst Eisen... Die hab ich nämlich nicht! Ja, ich muss doch noch was bauen für! Moment! Und zwar darf ein Boss noch ein! Draht und Beton hast du für mich! Ja, klar! Ja! In der Giste! Hm, mich direkt! Da hab ich ja! In der Zwischenzeit könntest du mal mit F diese Leitung wieder entfernen, weil die wäre schwachsinnig, wenn wir jetzt eh einen Mast machen! Und du hast die Kabel, deswegen... Ja, bist du drei Verbindungen worden, oder? Ja, gut! Du hast keine Kabel, okay! Wir fehlen Kabel! Wir haben einfach zu wenige davon! Guck mal! Da! So, dann äh... Brauchen wir das mal, und wir brauchen davon noch! So, fertig! Dann einmal die drei Leitungen bauen! Schopfte! Mexikaner Schopfte! Das waren bis du Mexikaner! So, und noch die beiden anderen Leitungen! So! Deine letzte Aufgabe wird sein! Ja, ist schon klar! Einmal komplett befüllen! Wir brauchen zweimal 200! Weil ich nehme einmal 200 und du nimmst einmal 200! Du machst den rechts und den linken! Okay! Ich kann übrigens immer noch nicht sortieren, aber... So, egal! Fertig! Wo packe ich hier rein? Du machst E und drückst einfach Shift gedrückt halten und dann auswählen! Äh... Ich weiß nicht, wo ich reinziehen soll! Braucht nicht hinziehen! Einfach Shift gedrückt halten und auf Biomasse einmal draufklicken! Dann wird schon reingezogen! Automatisch! Genau! Okay! Das heißt, das Ding läuft jetzt! Aber... Obwohl... Wir gucken uns mal das Ganze an! Läuftet! Hier wird produziert, aber hier noch nicht! Weil man hier noch auswählen muss! Wähl mal aus! Äh... Was wollen wir am Eisen? Wir können nur Eisen machen, weil wir nur Eisen zu liefern! So! Das heißt... Ja! Da kommen wir! Hey! Mensch! Produktionskette! Kriegen wir eigentlich diese kleinen Minibäume hier entfernt? Ja! Mit der Kettensäge, da rauskommt viel Holz, was wir wieder für Biomasse dann verwenden! Auch die ganz großen Bäume können wir damit! Sehr geil! Gut! Kettensäge muss man noch erforschen! So! Dann können wir ja schon mal gucken! Was brauchen wir nochmal? 30 Beton? Haben wir 30 Beton? Nein! Ähm... Wird das da oben erstmal noch gar nicht machen? Ich würde erstmal andere Sachen noch machen! Ok! Ich würde mindestens noch Kupfer automatisieren! Ja! Stein ist nicht so wichtig! Wollen wir das eigentlich dann in denselben... Ah ne, Kupfer ist ja auf der anderen Seite von dem Ding, ne? Ja! Na schade! Ich würde immer einen eigenen Lagercontainer bauen dafür! Wow! Da war ja was! Das können wir später zubauen! Dann ist Kupfer! Ja! Gut, da brauchen wir nochmal... Wir brauchen erstmal so einen mobilen Miner! Ne, das können wir später bauen mit dem Strom! Ja! Ne, das war auch fast nur ein fehlklick! Also ein mobiler Miner sollte das erste sein! Das war dafür nochmal nötig! Vier Platten, acht Draht und vier Kabel! Ich mach mal Draht und Kabel fertig! Ja! Wir müssen uns irgendwie aufteilen von der Arbeiter, das ist nur ein bisschen doof, ne? Ja! Ja! Du machst den Miner erstmal komplett, ne? Den großen Miner! Okay? Warte kurz! Ich kümmere mich um die Schmerzerei, okay? Okay! Mobiler... Achtung, acht Platten! Äh, fünf Platten! Ich war immer so frei und hab mir einfach schon mal was rausgenommen, ne? Hm... Achso, ich muss ja noch daraus Platten machen, stimmt! Achja, ich farm da nur ein wenig! Achso, ne, da brauch ich länger für! Äh... So, das Ding ist fertig! Was brauch ich für den Miner nochmal an sich? Äh... Das und das, okay! Wie... Kriege ich noch mal nur... Hä? Schiff? Rechte Maus gedrückt halten! Okay! Äh... War das nicht so nicht... Äh... Warte mal, was? Ich brauche ich... Ich brauche ich... Ich bin grad müssen verbunden, warte mal! Ich brauche nur fünf, okay! So, weg damit! Was brauche ich noch? Ich komme mit dem Menü noch nicht ganz so klar! Fünf Ritore! Fünf Ritore! Eins, zwei, drei, vier, fünf! Ja! Ja! So! Meine ist fertig! Ja! Kümmer du dich schon mal für die Ressourcen vom Lagercontainer, ja? Ich bin noch am... Äh... Äh... Falte Seite! Zehn davon! Und zehn davon! Achja, und wir brauchen noch Platten für die Verbindung, ne? Genau so ist es! Ich glaube, es dürfte zu wenig sein an Material! Ich habe gar keinen Eisensitz dabei! So, Lagercontainer... Ich brauche mal kurz so eine... Was kannst du mit dem geraden Strich eigentlich sehen? Wenn du genau gerade braun bist, kommst du ein gerader blauer Strich... Ja! So gerade ist es gerade tatsächlich nicht... Ähm... Ich seh den nicht mehr neu, das musst du sagen... Ja... Ist ein bisschen doof, weil du bist sehr nahe an der Base, wenn du so baust... Zu spät... Hm... Kann man noch abknicken gleich... So... Förderbar nicht... Ich hoffe, das Bereich nicht... Von da nach da passt es aber... Wir brauchen noch Eisen... Mhm... Ich muss gerade mal schauen... Ich mach das Ding gerade... Ähm... Ist es normal, dass die Schmelze so... Starkweil? Ja, ne? Ja... Äh... Ja... Kann nur sein, dass man Stromausfall ist, weil wir zu viel Energie auf einmal benötigen, ne? Ja gut, wenn wir die Energie... So viele... Sachen haben wir noch nicht gebaut, deswegen... So, die Platten habe ich auch... Und... Förderband... Fertig! Muss ich mal gerade nachdenken... Was braucht man denn... Kupferbarren... Kupferbarren... Ah... Wiss ich... Wir hätten das Lagersystem noch gar nicht bauen müssen... Weil bei Kupfer kann man noch ne Zwischenstation bauen, ne? Nur aus den Kupferbarren können wir noch nichts machen... Beziehungsweise nur eine Sache machen, nämlich Draht, ne? Okay... Das heißt... Das hätten wir noch erweitern können schon... Sollen wir das nochmal erweitern oder auch? Ja... Da käme dann ein Konstruktor hin... Statt dem Lager... Der Container muss weg, ne? Der Lagercontainer müsste abgebaut werden, genau... Ja... Auch die Verbindung am besten mal gerade weg... Hier sieht... Ja... Und jetzt bräuchten wir erstmal einen Konstruktor... Dafür brauchen wir zwei Kabel und drei... Gespanzerte oder gestärkte... Oder das sind... Eisenplatten... Das ist dumm... Äh... Drei gestärkte Eisenplatten... Okay... Ich guck mal... Drei verstärkte Eisenplatten... Wo krieg ich die verstärkte? Was willst du denn denn dafür haben? Schrauben... Wie viele verstärkte Platten brauchen wir? Ähm... Drei... Kabel hast du noch? Ja... Äh... Einmal zu früh aufgehört... So... Ja... Wir brauchen gerade mal... Wir haben gerade mal 25% Auslastung beim Strom... Okay... Äh... Konstruktor... Oh... Egal... 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 So... Und jetzt brauchen wir... Achso... Du hast ein bisschen Schildes gebaut, ne? Ja... Wie in der Schlucht... Kriegst du das verbunden? Überhaupt... Äh... Ich... Guck gerade mal... Logistik... Weil das sieht gerade ein bisschen doof aus... Ne... Pass... Okay... Ähm... Lagercontainer bräuchten wir jetzt wieder... Die Verbindung für den Lager... Kommst du nicht... Ups... Das war der falsche Schnopf... Hast du wieder was abgerissen, Mario? Nein... Nein... Du nicht... Lass mich raten... Dir fehlt irgendwas... Was? Die Kuscheln auf... Sehr gut... Ähm... So... Wir brauchen auf jeden Fall gleich Strom... Das heißt... Strom am Mast... Ähm... Beton... Ich sorge für den Strom, ja? Beziehungsweise... Ich hab schon mal einen gesetzt, ne? Glaub ich... Hast du schon mal einen gesetzt? Ja... Ah ja... Tatsächlich... Wir brauchen... Ja... Brauchen noch einen... Ich glaube nicht... Ich bräuchte Kabel... Ich kann nichts machen... So... Jetzt fallen wir nicht direkt in die Schlucht rein... Das ist auch ein bisschen gut... Ob das so sinnvoll ist? Ja... Wegen der Schlucht hab ich mir nur gedacht... Dann rennen wir da nicht rein... Okay... So... Außerdem geht sich hier eh nur um... Ja... So... Mit... Du brauchst die Stromverbindung musst du noch machen... Überall... Ja... Von dem großen Mast zu unserem großen Mast drüben erstmal... Da passt nämlich nur eine Verbindung drüben... Nicht mit den Dingern, ne? Kein Strom... Du brauchst nicht den Mast... Ich hab die zwei ausgewählt... Achso... Bei mir... Der zieht ihr Mast automatisch mit... Aber ich kann ihn hier so direkt verbinden... Achso... Dann mach... Mir fehlt eine Strom... Mir fehlt eine Stromleitung... Genau eine... Du brauchst viel mehr aber noch... Weil wir einen anderen verbinden... Die Kabel... So... Das reicht... Zwei... Braucht natürlich jetzt sogar... Ja... Gut... Ja... Okay... Vorsicht von Nails und die Schluchtrenns... Es gibt noch mal ein klein Abzeug von der Schlucht... Der... Äh... Ja... Ähm... Okay... Hast du ihn gesehen? Ja... Hast du verbunden? Ja, ne? Du musst die dritte Maschine auch noch verbinden, ne? Ja... Ich guck gerade wo am besten... Ja, hier an dem... Der andere ist schon mit vier Leitungen... Ja... Okay... Haben wir überall angegeben, was die produzieren sollen? Äh... Der soll Kupfer machen... Der hier hinten soll was machen? Der soll jetzt ähm... Draht machen... Draht... Haben wir... Perfekt... Und die laufen auch alle? Ja... Warum blinkst der hier oben? Welcher? Der Konstruktor blinkt... Wo blinkt der? Ah... Ne... Jetzt nicht mehr... Weil er noch nicht produziert hat... Okay... Ja... Und Draht kommt auch aus... Perfekt... Yay... Ja... Ne... Haben wir doch schon mal was geschafft... So... Ich will auch noch was machen... Hier bevor... Äh... Okay... Was war das? Ähm... Hm... Hm... Nein... Nein... Ah nein... Oder... Kriegen wir die erst noch... Was denn? Kriegen wir erst noch... Treppen und so weiter... Die kommen alle noch... Das muss man alles noch... Okay... Weil ich wollte nämlich mal drüber bauen... Über die Schlucht... Jaja... Ich meinte ja eben... Das wird das später zubauen... So... Jo... Ja... 500 Grad... Und 150 Eisenplatten brauchen wir... Haben wir 150 Eisenplatten? Wenn ja... Dann können wir die glaube ich oben... Wie viele haben wir denn hier schon produzieren? Warte mal kurz alles nehmen... Ja... Äh... Achso... Das sind ja nur Eisenbahnen... Stimmt... Ja... Ich glaube mal was draus... Wir können das ja noch nicht weiterverarbeiten... Weil... Ne... Okay... Wir kriegen 70 Eisenplatten hin... Ich mach mal... Äh... Ich hab noch einen Tipp, ne? Und der wäre? Dass du mal kurz aufhörst wieder... Ähm... Ja... Damit höre ich genau jetzt auf... So... Und... Schau mal was man hier schönes bauen kann... Du kennst ja den mobilen Minator, ne? Ja... Man kann davon natürlich auch zahlreiche noch neben... So einen MK1 bauen, ne? Ja gut... Dass sie nochmal zusätzlich produzieren... Für uns jetzt... Ja... Und wenn die bei 100 sind... Sind hier vollgelaufen... Das heißt wieder rausnehmen... Und wieder weiter... Das heißt ich würde mal... Einfach mal 5 von den Dingern bauen... Okay... Dann machst du das... Und ich guck hier... Dass du die Produktion hier weiter... Hinkriegen... Inwiefern... Die hier weiter hinbekommen? Dass ich hier... Äh... Das Lager... Ach... Schon für den Meilenstein... Genau... Dafür... Okay... Perfekt... Okay... Jetzt guck dir einmal an... Wie viel ich jetzt machen kann... Pass auf... Moment... Ich bin gerade... Zu spät... Ist eh schon vorbei... Das hätte sich überhaupt nicht gelohnt... Äh... So... Worab ich stehen... Wie komme ich an... Ich... Ich bräuchte 24 Kabel... Hast du noch Kabel? Äh... Kann ich machen... Ja... 24 Kabel... Kabel... Ja... Und 5 Eisenplatten... 24 Kabel... Und Eisenplatten... Eisenplatten müsst ihr noch holen... Aus dem Lager... Äh... Eisenplatten... So... Also... Kalkstein... Ja... Mach du einfach die Kabel... Dann röst mach ich dann... Das schon... Ich hab' kein Kalkstein... Ich leg dir die Kabel mal in die Kiste, ne? Jo... Perfekt... Und ich kann nicht sortieren... Das geht einfach nicht von mir... Jo... Gut... Mein eigenes System kann ich sortieren... Aber nicht deine Kiste, die du aufgestellt hast... Weißt du leider nicht, woran das liegt... Und so... Ich brauche Kalk... Kalkstein... 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 Das ist doch Kalkstein, ne? Ne... Das ist Kupfer... Wo ist Kalkstein gewesen? Kalkstein... Wird doch hinten abgebaut... Kalk... Ähm... Ach ne... Wird nicht hinten abgebaut... Das ist daneben gewesen... Stimmt... Ich weiß schon... So... Kalkstein... Ich weiß gar nicht... Wie viel braucht man für Beton? Wie ist das Feld? Jetzt weißt du was? Äh... Ich schau kurz nach... Ich glaube es war... Nein... Es war... Du brauchst drei Kalksteine für einen Beton... Also brauchst du 90... Äh... Super... Direkt wurde die richtige Aufgabe ausgewählt... Geil... Viel Spaß... Ah... Mann... Schufte... Nix wieder... Ich brauch grad erst mal sechs von den Dingern... Ey die Dinger kannst du auch auf den Kalkstein setzen, ne? Ja gut... Die produzieren wie gesagt nur bis die 100 in sich haben, ne? Ja... Danach stoppen sie... Wenn du davon... Wenn du davon eins gerade noch übrig hast... Dann kannst du sie hier noch ausstellen... Ich hab mir jetzt gerade sechs gecraftet... Moment... Ist das ne Stohle? Ja... Die geht zum Kopf... Ich pisste auf die Gegner... Mario kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario sag einfach Ja oder Nein... Äh... Ja... Achso... Das... Du Hurenso... So wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt... Ja... Tanzverbot ist am Start... Die Achterwanne geht so ab... Die Stänze mit der Grenze... So... Das ist... Oh mein Gott... graduates...